So gut. War das nur da? Nein. Sonst haben wir jemanden raus. Jemand hat auf mich geschossen. Wer? Auf mich hat es gerade jemanden geschossen. Ah, sicher. Willst du auch zu mir rein? Ja, komm an. Ja. Weisst du, hier oben kommen wir nicht viel weiter. Du hast gesehen, wir müssen da hoch. Einer getroffen. Dann am meisten. Welches weisst du? Da jetzt. Einer wieder getroffen. Reicht! Jemand hat mich gereicht, gegen du mich. Auch einer ist gereicht. Jetzt. Ich will in die Tore rauf gehen. Ja, das können wir jetzt nicht. Es ist immer an diesem feinsten. Immer wieder vorne. Sie haben jetzt ein Trophäe. Ja, jetzt haben sie sich. Weg, 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 weg! Er ist heute hier am Fenster. Wir gehen auf Exelposition. Die sollen auch ein wenig Schattensicht brauchen, wenn es geht. Warte. Warte. Jetzt müssen wir raus. Da oben noch. Wer läuft draussen? Du? Dich bin draussen. Reicht. Sehr gut. Sind wir noch drin? Ja. Ja. Du kannst noch ineinander scheinen. Weisst du? Mega viele Zombies. Man darf einfach den Magic Moment nicht verpassen. Ja. Von wo sitzt es? Wir müssen aufpassen, wenn einer von hinten kommt. Ja, Elf, erzähl bitte. Jetzt hat er auf dich geschossen. Siehst du? Komm weg. Dort! Sehr gut. Hier, in diesem Fenster. In diesem Fenster. Ich pushe einen anderen Granaten rein. Kommen wir auch. Ja. Sehr gut. Teile Idee. Du musst voll rein pushen. Wir sind beide. Ah nein. Den Leppner. Aufpassen auf alle. Ich mache noch ein Abyssor. Um zu verwirren. Ich gehe überall durch. Ich mache rundherum. Zwei Bindleine rühren. Ich rühre eine Bindleine. Ich bin tot. Hey, das ist jetzt so beschissen bloß. Achtungssor gar nicht. Nein! Geilts. Ich habe dort nur einen Schuss. Hast du. Nein! Ja, was soll ich machen? Nein! 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 Vielen Dank.